In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du dich auf der Plattform GiftOne registrieren und anmelden kannst. Was ist GiftOne? GiftOne ist ein Airdrop und hier steht es auch schon, GiftOne ist der Global Biggest Airdrop Organization of Cryptocurrencies. Das heißt, eine der größten oder überhaupt die größte Organisation in der Kryptowelt. Ein Airdrop ist noch nicht gelistet. Einen Airdrop, wenn du dich hier registrierst, bekommst du Coins oder Dockens geschenkt. Die wollen auf den Markt, die wollen in den Markt der Kryptowelt hineinkommen und was machen die am Anfang? Die verschenken das nur, dass jetzt viele, viele Dockens, Coins hinausgehen und dass so viele wie möglich im Umlauf sind. Und dann werden sie gelistet und dann bekommen sie einen Wert oder eben auch nicht. Aber in diesem Fall, es kostet nichts. Wenn du in der Kryptoszene unterwegs bist, dann ist das ein Highlight. Dann müsstest du das theoretisch auch wissen. Wenn nicht, dann hier jetzt an dieser Stelle. GiftOne ist ein Airdrop und die Airdrops gibt es gratis bis zu einer bestimmten Zeit. Und dann sind sie gelistet und dann kosten sie was und dann kann man damit auch natürlich Geld verdienen. Okay, wenn du auf den Link geklickt hast, dann bist du auf dieser Oberfläche. Dann hier als erstes die E-Mail-Adresse eingeben. Dann hier eine Telefonnummer. Hier vorne das Ländewappen auswählen. Bei mir passt das. Dann hier die Rufnummer. Dann unterhalb ein Passwort. Passwort wiederholen. Dann hier unten, please slide to verify. Also hier jetzt diesen Balken nach rechts ziehen. Loading, verified und hier jetzt register. So, und hier jetzt your registered E-Mail-Adress. Please check your E-Mail-Adress for confirmation immediately. The verification code is valid for 60 minutes. Vorher muss ich noch get capture herein capture code eingeben. Und hier drauf klicken get capture. Das heißt, das sollte ich einen capture code bekommen. Capture is sent to your E-Mail. Also wurde an meine E-Mail-Adresse gesendet. Und jetzt wechsle ich um in meine E-Mail-Adresse. Okay, hier ist das E-Mail. Verification code gift one. Klicke hier drauf. Und das ist ja der Code. Den kopiere ich mir ganz einfach raus. Copy. Gehe wieder zurück. Paste. Einfügen. Und hier dann auf Submit. Und hier sieht man, die Zeit läuft 260 Sekunden noch. You have verified E-Mail. Also die wurde verifiziert. So hier noch eine Aktion. Daily attendance. Daily attendance makes you get one extra chance for lottery. Continuous daily attendance will have more chances for lottery. Partizipate get big gift for free, including Bitcoins, Ethereum and so on. End iPhone. Das heißt, tägliche Teilnahme. Du musst dich täglich in das Account einloggen. Dann hast du eine Chance auf eine Lotterie. Und du bekommst auch noch Bitcoins oder Ethereum geschenkt. Und quasi du nimmst dann an einer Lotterie teil, auch wo ein iPhone zu gewinnen ist. Also nur täglich in das Konto einloggen. Okay. Click to sign. Hier draufklicken. Und jetzt bin ich bereits. Sign in success. Continue sign in one day. Chances for lottery left one times. Okay. Also täglich einloggen. Dann hast du die Chance bei der Lotterie dabei zu sein. Throwing. Hier draufklicken. Congratulation for 10 gift. Also ich habe schon 10 Geschenke bekommen. Price will be put in your wallet later today's chances last zero. Invite friends to get more gifts. Das heißt, hier jetzt wirklich Freunde einladen, die was eben auch 100.000 Coins geschenkt bekommen. Und ja, es besteht kein Risiko dabei. Es kann nur mehr werden. Und täglich einloggen, dann nimmt man auch noch einer Lotterie bzw. Gewinnspiel teil. Und hier jetzt copy the foreign content and send to your friends or groups. One friend. 1.000 gift. Also ich bekomme 1.000 Coins geschenkt, wenn ich das weiterschicke. Beziehungsweise wenn sich jemand registriert. Also es lohnt sich immer. Registriere dich. Schicke das dann einfach weiter. Und du bekommst jedes Mal 1.000 Coins geschenkt. Und hier ist dieser Text. Und hier unten auf Copy. Und dann eben an die Freunde schicken. Ich poste das jetzt unterhalb des Videos. Und da kann sich dann jeder registrieren. Okay. Das zu diesem Punkt bei Giftwaren. Ein Airdrop. Eine zukünftige Kryptowährung. Hier unten sieht man noch den Rev-Link alleine. Also hier. Hier ist der Rev-Link. Aber ich kopiere den ganzen Text. Also einfach. Ich denke man kann den Link alleine heraus kopieren. Oder eben hier auf Copy. Dann ist alles kopiert. Und das dann eben an die Freunde schicken. Posten. Wo auch immer. Und schauen, dass sich Leute registrieren. Bekommen 100.000 Coins geschenkt. Und du für jede Bewerbung auch nochmal 1.000. Okay. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Für die Registrierung bei Giftwaren. Einen Airdrop. Vielleicht eine starke Kryptowährung. In Zukunft ist ja auch sehr vielversprechend. Soll der größte überhaupt im Airdrop Bereich sein. Also lassen wir uns überraschen. Den Link für diese Plattform findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen? Na dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht ist es natürlich auch in Ordnung. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst. Abonnier einfach meinen YouTube Kanal. Dann bist du immer up to date. Also viel Spaß und viel viel Erfolg.